Musik 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 Dann gucklen wir mal Ob das jetzt hier reingeht Was zum Schreckliches Musik Ich hab' keinen Plan Jungs, mach dir mal Ansagen Ich kenn' die Map eigentlich so gut wie gar nicht Jo, lass mal B gasen Ok Wir haben auch B drauf Haben wir Spill oder gehen wir alle lang Ja, ich geb' ein Short Geht hier 3 lang oder 2 Short Ich nenn' dich einfach die Kruste Die Kruste Alles klar Ok, wir gehen vier, vier, vier lang fit war einer short short es müsste los sein und sniper noch einer short ich check mal lang kommt lang kommt unten im wasser jetzt am dildo ja ja stimmt egal einer ist unten nach oben nice job man job 5-7 wer ich nehme jetzt dein Ding wison ich nehme dann jetzt eh ak soll man dann lang gehen mit ak oder ja wie gerade oder 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 A oder B ja ja ich glaube mit ak ich gehe lang dann gehe ich durch die Toiletten ja genau ja 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 lang Ich geh Bank rein Der ist uns, Mord, uns Mord Gesehen Beilang, Richtung lang Nice Kann deine AK legen? Ich kann AK legen Ja nice Danke Good Job Team, Good Job Lukas, was hast du denn für einen Ping wieder hier? Äh, 62 Warum? Dein Arsch Immer wenn man dir zuguckt, dann bis am Leggen Ich geh mal in Connect, ein Dings da runter Einer lang Nice Kommen Connect ist einer raus Kann eigentlich auf A drauf Geht einer Close rein oder ist schon durch? Ja Lang durch On-Spot, Truck Truck down Guckt einer von Close oder ist der jemand? Arm has been planted Ja, ich bin guck Bank einer? Ja Jo ist der letzte Schön Schön, was? Na, jetzt haben die Waffen, ne? Heil Einlehrer Nee Lass doch mal wegeln Also gut Ja Pass auf, dass sie einen Strayer-Boost machen Mhm Man weiß ja nicht Selbst in der Skillgruppe Wir machen das einfach kurz und schmerzlos Construction Hier kommt jetzt Short Aufpassen Short Das war meine Vielleicht schon Komm Spot ist clearing Oben Oben Haus vielleicht Ich werfe Moll hier rein Sniper Dach oder wieder Geist Short oder was? Ja Short wo? Langer TCHP 40 HP Oben Sniper Host Da geht der runter Oder? Short 40 HP Jaja Der hat 20, der hat 10 HP Flash my Spot Nice Letzter müsste Wasser sein, oder was? Ja der macht's Nice Das war der nix Ich kauf AWP Doch, auch AWP Geh mal lang, A lang Ich check mal hier von hinten ab Voll flashed Voll flashed Nochmal full flashed Was bist du? Okay Nice Blank down Dann welcher auf Spot Wo sind die alle? Habt ihr zwei gesehen? Ein Pick auf Asher Kann sein, dass die von A kommt Einen von B hab ich ja Ich leg für Kloß Oh, hab den 2-B Okay, den 2-B Nice Alter, ich hab schon 4 Assists oder was? Läuft Ich geh mal Connector runter Ich geh ja keinen jetzt Oben schaut es einer Pass auf die Bombe auf Läuft Läuft Oh, einer ist hier im Restaurant Klo Nice Ist er down? Ja, close down Der ist lang Der ist lang Links Auf jeden Fall einer Ja, der ist lang Offensiv lang Der geht toiletten rein Ne, kommt wieder lang Lange AWP Nicht fliegen Und short einer? Eine short einer lang Egal, das geklänzt ist schon mal gut Lange Aare Letzter lang Mit AWP Wir können auch Toiletten rein Nice, Uwe Neh mal die Aare mit Good Job, man Good Job, man Sehr schön Wer will A, wenn du wieder? Kruste? Jo Jo, jo Wer heißt du denn? Kruste Die ist mein richtiger Name Äh, Jan Wir sind kurz Jan, 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 Jan Jan, die Kruste Jo Alles klar Alter Ich bin totes aufgeregt, Mann Quatsch, warum? Keine Ahnung Mit euch so zu zocken Da gibt's nichts aufgeregt zu sein Jo Nice Geladen B down Noch nicht töten Bitte, 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 bitte TT ist gesmoked für B B ist frei Boah, ich hab den Wagen dran gesetzt GG Ich komm treppen hoch Okay Nice Nice Alter, ich rede Ungelogen seit einer Viertelstunde Und wundere mich rum Ich hab schon rumgeflampt, weil ihr mir nicht antwortet Ich schwöre Ich hab dir zehnmal die Runde davor gesagt, gib mal bitte deine Glock Du ignorierst mich einfach, ich hab dich schon angekackt eben Alter Ja, Mann Easy Ey, du hast Will Work for Ammo drauf, der Bastard ist auch gut Ja, Mann, ist mega nice Da ist ein Smoke Ist ja rechts, ja, ne? Ja, rechts safe Immer noch Einer bei Construction Halt schon Halt schon Lass uns den Kacken Komm B, komm B, komm B, komm B, komm B Bist du durchgefahren jetzt sowas? Ich flash lang durch Vielleicht noch einer Hilla, noch einer Minus 54, On-Spot Pass auf, der ist Sandback Der geht short, der geht short Der ist bei dir rechts Grün Jan Ja, von hinten noch einer Beide sind da im Spot, unten da Ja, genau Ach, shit Digga Shatter, shatter, shatter Das ist deren ersten Runde Ja, Uwe rasiert grad richtig 12-2, Mann Das ist easy luck Nice, alles skill, alles skill Du solltest öfters aufnehmen, Uwe Normal spielen wieder immer scheiße Ja, ich brauch mal wieder hier Eines für YouTube Ja, okay Wenn du Wenn du bei Dings Äh, du gamblst scheiße gerade Aber dafür spielst du gut Von mir aus kannst du auch immer scheiße gamblen Weil gamblen kannst du sein lassen Einer glaub ich connect Einer ist oben an diesen Toxik-Pässern Einer schaut raus links direkt Und einer ist am Dildo Alles klar Oh, sorry Hier schaut links vielleicht, kann sein Dexter Hinter uns Nice Ein HP Schön Eine war noch Zwei noch Zwei noch Zwei noch Blanted Dann geht das Wasser In Dildo Der war recht Das Richtung lang Hinter dir Jetzt Hinter dir Da runter Ja Jetzt geht das Short glaub ich Da ist noch zwei G A, G A, geht hoch Ah Ah, schade man Nice try Nice try, ohne witz Lass uns mal A probieren vielleicht Lass uns mal A probieren vielleicht Jungen Ich fack mal eine Granate auf B an Ich fack mal eine Granate auf B an Einer vor Klo Einer vor Klo Er ist raus Lang Einer Toiletten auf den Hat minus 40 Fack Toiletten minus 40 Hat 60 hat mich Wow Wow Ja nice, immer wenn ich irgendeine Nate oder so in der Hand habe So kurz Oh, dann denkst du erst deine Maus langsam, du musst es eben dreimal nachziehen Ich hab mir genau gesehen 85 Nein Kann einer AK legen? Ja, ich kann auch A will legen wenn du willst Ne, ne, mach ich mal Danke Okay Ey, die Sticker ist noch todesteuer, oder? Auf der AK Ja Der eine kostet 180 glaube ich bei U Ja Das war auch ein Mitgrund warum ich die geholt habe Also die hat einer eben zum Trading geboten Ich hab einen Baum, scheiße Ich hab einen Baum, scheiße Konektor einer, Half-HP mit P90 Ich hab einen Baum, Alter Ja Ja Schön Und die Person mit Besserter gepläntet für ein sniper ding daneben den holzkisten da kannst du erst mal schauen schön, nice damit rechnet ja wohl keiner das da in der Ecke steht aber ich weiß auch nicht ob ich reingucken würde Jungs lass mal Bayrushen bitte mit Awe oh warum hab ich ne Awe komm her, tausch ne ne, ich hab mich hier getropped geh halt dann lang unten rein wenn ihr bei kurz guckt, direkt oben links in der Ecke da ist er vorhin gesprungen ich lösch drüber ich lösch drüber ich denke mal, Pit wird stehen ne, der Pit äh, Short und zwei Pit alles Flash, Short, achso, ist Pit noch einer? ich glaub nicht einer Short minus, äh, 76 der geht lang down nice bitte schön krass, ich lege dir AK oder so kann mir einer P90 legen? ich kann dir AK legen äh, P90, das reicht, bitte okay danke dir komm ich besser mit zurecht ich fake nochmal B ja, ich auch die russischen kommt ihr weg, oder? einer war B einer, die müssen jetzt schon gleich stehen äh, B sein komm, 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 komm komm, komm, komm ich schau ich schau die Blastbank ich schau ich schau einer ist close halve HP geht jetzt Richtung wo ist der? geht zurück, kommt von close wieder Richtung Spot ist Short jetzt neben close also kommt von hinten aber nur Humo Å never mind HAHAHA Nice, I'll du 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 ich glaube ich nenne nicht das noooo ich komm von hinten noooooom die das ist hier Shit man Muss ja immer gesagt werden Ja ist echt so B down Connector Connector down Einer war oben Von Iverness Da ist auf A Bombe kommt ja Ja musst du erstmal hierhin abstrafen Alles gut Ich tu mal bank smoken Wenn es jetzt auch immer ankommt Wo es ankommen soll Wow close Kann doch nicht sein Hab ich Immer noch close Short jetzt Sitzt vorne links Vor Main jetzt Nice Schön gemacht Ich drop mal RTP Dennis Ob Ach ja vielleicht geht da was Hab gewichst Hab gewichst Ja man Hab gewichst Ist wieder da Ja er ist da Hat geschrieben Kann jemand eine AK legen Ja Hat geschrieben Dass im TS seinen Namen wechseln musste Weil er nicht angebracht war Danke dir Jan Heheh Hehehe Geil Hehehe Du kannst du Hehehe 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 Spät. Bei der Ahrer. Nice. Versucht mal, einer kann von hinten gleich kommen, wir müssen aufpassen. Versucht mal ein bisschen schneller zu gehen. Guck drüber, ruhig von hinten, Crusher. Ich guck hier hinten. Beste Smoke irgendwie. So, auf jeden Fall, ah, der Container. Ist auf jeden Fall auch safe wichtig, dass wir hier den Wagen oben abziehen. Oh, short close. Oh, der ist on spot. Nice. Da kommt jetzt noch short. Ja, keine Ahnung, ob Bank oder so. Ja, Bank und nochmal eine short. Schade. Aber alles gut, das Ultra die CT-Map, oder? Ja, ja. Für mich ist keiner mehr CT-Map. Für mich ist jede Map T-Map. Und ich bin Lord trotzdem schlecht. Ich geh B. Ich bleib auf A. Ja, ich würd auch gern B gehen. Geh ich auch A. Ich geh dann in diese Sniperhäuschen. Oder ne? Jo. Gehst du lang, oder komm? Ja, ich geh lang. Los, los, los! Los, los, los! Heißt ab jetzt PGS auf dem TS. Ja, hier oben, oder? Ja. Bleib du mal dann auch gucken, dass du irgendwie ein bisschen mehr Death bleibst, ne? Jo. Dass du auch irgendwie abhauen kannst, oder so. Gangen, einer. Kurz. Ich verschieb schon mal. Bleib du mal noch da. Ja. Zwei lang. Ja, ne, ist mir da. Moment lang, V-Connector. Lang laufen zwei. Tag 9. Tag 9. Oh, einer. Einer im Klo. Sieht PAP. Kommt jetzt. Dennis, was auch? Die könnten jetzt Close reingehen. Von, von lang. Ah, ihr habt die Bombe, perfekt. Das ist atme. Oh, der ist oben. Party, Party, Party. Party hart. Ich bin kein Fabel. Pust mal! Ja bitte. Du kannst alleine boosten. Na, ok. Kim, bei T-Base. Denkst der Olaf meiß Ohr, der ist hinten im Brunnen CT, bei T-Base. zeig mal dein messer dennis okay ich habe mich gerade zum wo es einmal kurz raus gehabt dass das aus wie ein ruby geht bei dem feld nicht ich glaube ich habe auch nicht so viel links ich gehe mal mit b runter lang ist somit offen ich gucke hier zwei kommen die hoch oder was oder die auch genauso runter ja wir können beides machen ich gehe wieder auf wo kommen die bei dir ja einfach drücke eine da müsste eine m4 liegen oder einer von denen lang eine durch eine spot jetzt schon rechts sein mac bombe da unten ein auf a connector bombe da unten sind alle drei loge 9 17 45 happy die bombe im blick Die haben aber gar nicht getropped. Ja die ist noch da auch. Echt? Kann auch hier von unten kommen. Die ist im Connector unten drin. Soll ich schon ultra low und dann noch so einen rein drücken? Ja oben. Kommt jetzt runter. Mit Bison. Als ob Junge. 75 in 4 man. Der hat 1 AP. Nice. Ja denke ich. Hallo. Schöööön. Nice gemacht. Noch geholt. Alles gut. Gerade hier hat den Schwerverbrecher. Nicht viel. Bei dir. Eine Runde. Auch nicht viel. Auch gerade. 2 Runden gewonnen. Hintereinander. Nice. Die Scheiße war er nicht. Lass mich mal lang bitte. Wenn du gar nicht genannt hast. Ja passt. Wo warst du davor? Ich bin immer Connector runter. Ich bin oben hier. Sniperino. Jo. Ja das sind 3 Leute. Einer hat 20 AP. 1 auf. 3 Ist die schon drauf? Naja. Ey. Boah. Ho ja. Der ist ja glaube ich unten links irgendwo. Ist der. Also hinten aber hinten links. Dann ist 20 AP. Irgendwo da hinten ist. War der Crusher links. Wo ist das letzte? Dennis, hast du wieder gemutet? Wo ist der? Short vielleicht Nice Okay, wo auch immer der war Aber egal Full control Kann einer irgendwas legen? Ja Hab schon Jo, danke Boah, die ist richtig geil, die Masterpiece Ja, Mann Die ist richtig nice Dennis, willst du wieder lang? Ach so, ja Äh, nein Keine Ahnung Ja! Ja, oh Gott, entscheidend nicht Wo? Ah, du bist unten bei B, oder? Jo Zwei Mann am Brunnen Okay Oben ist einer Spiel Spielwiese Connector Steps, Connector Steps Mindestens einer Der Boost war geil Ah, der ist schon auf der B Ah, der ist schon auf der B Ah, der ist hier Letzter ist auf der B Vor B Geht einer Connector runter Da hab ich grad Hab ich gerade ge-mollert Der geht, der geht Richtung Spawn zurück Pass auf, der kann sein Dann hat der auch A geht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Man weiß nicht Ein AP reicht auf jeden Fall Ja, ich geh Ich geh handen Ich hab Ich schläg meine Waffe weg Spiel Tag 9 Er hat ein M4 Spawn ist er nicht A bin ich jetzt am Brunnen Bombe liegt hier Bei Party 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 Connector M4 Minus 18 hab ich ihm gegeben Guckst du close Dennis? Bist du oben auf A? Nee Ich geh nicht bei W Ich komm hoch Guck du mal close ich geh lang Ach komm 72 in 3 Bleib weg, bleib weg Der kann nicht mehr planten Was? 72 in 3 Das ist ja richtig eklig Brauchen du ab, Jungs? Jo, ich leg dir Hm, verkauft Ja gut, jetzt gibt's noch eine M4, eine P90 Ich geh lang Ich geh lang Ich geh lang Danke Wollen wir nur mal boosten hier? Klar Zum Glück haben wir die Arme nicht woanders Äh, die Masterpiece nicht woanders drüber Ja man Fragst du schon? Ich dachte mir schon Fragst du lieber nochmal in der Gruppe Weißt du? Ja, ich hab echt wie gesagt schon eine Weile überlegt Der ist rechts Bestell Short Short ist einer Safeguard Ich bin im Connector Wo ist die Bombe down? Nein, er ist im Connector Ah, fuck der ist durch Der ist durch Der ist auf dem Fall Nice Connector immer noch unten Könnt lang kommen Kurz auch Nice Steps hier Bei mir Im CT Tower Oder wie das heißt Das ist Sniper Frühstands auf diesem Welt Bitte zu Heaven Könnt unten rauskommen Bei mir hier Lass uns dazu einfach Heaven sagen Ja, Heaven Nice Nice Ach, fertig Na man, es geht Ruck, zuck Oha Senheisch Du bist reich Nehmeisch Übelste hellblaue Skin, Mann Jungs, sofort wieder da Tömer In der